Es waren einmal drei Geschwister, die lebten mit ihrem kranken Vater und der Stiefmutter in ärmlichen Verhältnissen. Die Kinder halfen im Haushalt und pflegten den Vater, wobei das ihnen möglich war und versuchten auch sonst nicht zu Lasten zu sein. Hier kommt Adele Kampfer! Herzlich Willkommen auch hier Adele, ein herzliches Willkommen in unserem elitärischen Internat! Und immer die nächste Bitte, hier kommt Benita Wilk-Steuerl! Wir setzen und schauen, dass es packt! So! Heute Morgen machen wir was zum Thema Krieg führen! Warum will du Krieg? Wir warten schon die ganze Zeit! Du hast uns versprochen zurück in unsere Geschichten zu bringen! Ja, ich habe versprochen! Aber ich habe meinen Talentmann vergessen! Das ist doch nicht unser Problem! Du hast es versprochen, also musst du das jetzt auch einhalten! Ich habe meinen Talentmann-Hinhalten! Ich habe meinen Talentmann, wie wir zuerst haben! Ich habe meinen Talentmann und ich habe meinen Talentmann und ich habe meinen Talentmann. Wir hängen doch einen Moment an das einem Konflikt hervor. Vielen Dank.